... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinderlande, das ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahre lang hat das Militär mal eine Aktionen nur verhindert! Es hat mit denen nur ein Fischpicken-Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Robber erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das auf dem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhige dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! aber, wenn Sie im Fleisch yn fl Tibbr snart doch können, Ich tente weiß also, dass ich Coca-Cola plotp difficile, Ich tente mich so, wenn Sie mich wieder auf dem neuen und das war wirklich so,